Es ist schwierig in die Zukunft zu schauen, aber hier und jetzt sind wir einfach dankbar, dass wir wieder das machen können, wofür wir unser Leben gearbeitet haben und Spaß daran haben und aber auch unser Geld mitverdienen. Von daher sind wir dankbar und demütig aber auch, dass wir wieder loslegen können. Er war schon immer da, seitdem ich zu den Profis gekommen bin, war immer ein Ansprechpartner. Super Typ natürlich auch, mit dem man sich gut versteht, von dem man sehr viel lernen kann, sehr viel mitnehmen kann. Das waren Gespräche, die schon länger stattgefunden haben, die das Ende genommen haben, wo beide Seiten von ausgegangen sind. Ich bin hier Profi geworden, ich habe mich hier entwickelt, ich habe hier viel lernen dürfen in meinen Jahren und die Mannschaft ist super, die Truppe ist super, Trainerteam, alles passt, ich kann mich super entwickeln und deswegen sehe ich keinen Grund, was zu verändern. Ich bin in der Regel ungern allein auf dem Zimmer, also ich freue mich, wenn ich mit Dave auf dem Zimmer bin, weil dann hat man einfach mehr Kommunikation, dafür macht man Mannschaftssport. Aber zurzeit ist es der Situation geschuldet, dass wir es so machen und man hält sich daran, weil man einfach will, dass die Zukunft besser ausschaut wie die Gegenwart. Ich glaube, da muss jeder verantwortungsbewusst mit umgehen. Das sind klare Regeln, klare Vorgaben, die wir zu beachten haben, dass wir alle wieder kicken dürfen und die hält man natürlich gerne ein, wenn man dann wieder auf den Platz darf. Es ist schwierig, also man kann es mit Testspielen vergleichen, aber selbst bei Testspielen hatten wir in der Regel auch ein paar Kleeblatt-Fans im Stadion, die uns unterstützt haben. Von daher, ich freue mich darauf, dass wir wieder spielen können, aber man freut es natürlich so ein bisschen begrenzt, weil dieser Rückhalt fehlt. Es wird eine neue Erfahrung werden, jeder wird daran wachsen. Man wird aus den ersten Spielen lernen und es in den nächsten Spielen besser machen. Auch die Zuschauer, die sind heiß darauf, dass es auch, wenn es nur im Fernsehen ist, uns wieder kicken sehen dürfen. Wir sind mega heiß, wir Spieler, dass wir wieder zusammen am Platz stehen dürfen und wollen an unsere Leistungen anknüpfen, die wir bisher gezeigt haben und freuen uns alle riesig aufs Spiel am Sonntag. Erst war es eine Länderspielpause, dann eine Winterpause, jetzt haben wir fast eine Sommerpause. Kann man auch nicht vergleichen, weil wir kein Testspiel haben. Man hat die Belastung über das Training komplett gesteuert, nicht über die Spiele. Von daher ist es für alle neu, für Spieler, Trainer, für den ganzen Verein. Aber ich bin guter Dinge, dass wir gut gearbeitet haben in den letzten Wochen. Ich muss ja in meinem eigenen Körper spüren, was wir alles so erlebt haben. Von daher sind wir heiß und fit. Man hat ja schon ein paar Mal in seinem Leben in einem leeren Stadion trainiert. Da merkt man schon, wie das Gefühl ist. Man hört jeden Rufen, man hört jeden Schreien. Ich glaube, da ist es noch wichtiger, dass wir untereinander in der Mannschaft viel kommunizieren, uns motivieren. Wir wissen ja, dass die Fans von zu Hause aus uns unterstützen. Ich glaube, es ist wichtig, uns im Kopf das vorzustellen. Und wir wissen, alle stehen hinter uns, auch wenn es nur zu Hause ist, vor dem Fernseher. Und ich denke, dann werden wir es als Mannschaft ganz gut regeln am Platz. Diese Tabellensituation, die vergisst man nicht über die Wochen, aber die gehen halt in den Hintergrund, wenn in der Gegenwart Dinge passieren, die man so nie erwarten konnte. Aber jetzt freuen wir uns auf so ein Schwitzenspiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.